Die Karte gibt es ja immer noch. Das Handy war subventioniert für einen Euro. Kommt raus, wo steht ihr denn? Verflixte Kiste! Mensch, was ist denn los? Ich bin stolz. Ah! Das ist so ein ganzes. Kommt raus, gleich geht's. Ich bin stolz. Genau, wieder weg. Jawohl, gut, Schöpfchen. Wieder weg, Wega. Genau, richtig. Ich bin stolz. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Dann ist auf deiner Seite. Ja, warte. Geh da ran, Daniel. Komm, geh da ran. Und schön. Und kommt raus, jetzt hin. Tempo raus, Tempo raus, Tempo raus. Oh, du bist schon zweimal nie vorbei. Ja. Und wieder Aufgabe, wieder Aufgabe. Wieder eng stehen, Niklas. Niklas, die Elf. Eng stehen, an die Elf. Niklas, nicht weglaufen. Nicht ihn raus. Und wieder an die Elf. Janis, zieh dich zu der Seite hin. Das war ja einer. So, ja, was ich auch nicht. Sehr gut, Lukas. Lukas. Lukas, haushalt. Kann sein. Ja. Raus, komm, Lukas. Niklas, komm raus. Kommt raus. Kommt raus. picture rick, wooing. Ja, schön. Hier und wieder einmal, in der Meter weg. Meter weg, Meter. Muss sie auch mal ein bisschen lang? Danke. Sehr schön, Janne. Ja, ich wollte, ich wollte das machen, aber du kannst hier noch ein bisschen. Pärchen bilden, eng stehen. Aber der ist nicht dabei, das sind hier die Elfen, oder? Ja, spiel! Spiel, Leute! Rumpa! Spiel draußen, zieh durch! Alex, bleib mal! Mach mal mit, Jacin! Alex ist sicher da drin! Oh! 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 Und jetzt eng stehen! Komm, eng! Eng! Nicht halten! Bei der Ballannahme stören! Bei der Ballannahme stören! Ja, Mann! Warte auf, warte! Ja, Mann! Ja, Mann! Hier drauf! Dank! Hallo! Oh! 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 Oh, gu Me Raglee! Oh, gut Robby! Lange! Nein, nein, nein! Warum haben Sie so viel aufgenommen? Alex, spiel den Ball einfach klar ab. Schießt oder spielab. Nicht den letzten Haken. Das war 3 zu viel. Niklas, schön aus mit einem Lied. Zeig dich aus! 2 Mal hätten wir den Ball. Max, mach das noch! Du musst nicht lassen. Komm her, Marc. Justin, Alex, weg sind mal wieder. Ich mach es. Lass uns mal. Nee, jetzt spielen die anderen. Jetzt kommen wir. Du musst trotzdem, dass es da einer ist. Sehr schön, Robby. Sehr gut. Sehr gut, Justin. Robin, sehr gut. Warte nicht! Mann! Warte nicht! Warte nicht! Warte nicht! Nee, guck mal! Alex, guck mal! Alex, guck mal! Kommt uns die Ecke schon raussuchen? Wenn ich uns gehen muss! Alex, weiter raus! Alex, weiter raus! Alex, weiter raus! Wunderbar! Wunderbar! Januka! Januka! Wer spielt? Ich konnte nicht spielen. Doch! Du konntest wunderbar spielen! Nein! Januka! 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 Abseits! 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 Torsten! Ne? Da geht's gar nicht! Thomas, jetzt wieder rückwärts reinrücken! Genau richtig! Der Alex von Robben! Sehr gut! Fünter! Lukas, Robben, Kürtenbach! Wir blockieren ein Antwortfeld gegen Spiele! Komm, Lennart, komm, ein paar Schritte nach vorne! Zweite Pfosten fehlt einer! Wo steht der Verteidiger? Innen! Ich glaube, der Lukas geht, weil er gerade in den Hintern ist. Das ist immer ein Tor links-Dopper! Aber gut gemacht! Gut gemacht! Niklas! Niklas, Rütter! Gut gemacht! Gut gemacht! Gut gemacht! Er hat rein das Ding! Klasse! Schön, Janne! Schön, Janne! Super! Genau richtig! Jetzt reicht's! Zeig mal mit Niklas! Mal mit Niklas! Komm her! Jan, du Fesner! Ah, Scheiße! Das sind deine Niederlande! Mal mit Niklas! Sehr gut gemacht! Gut, Niklas, komm mit der Aufgabe! Jetzt Tempo! Komm! Tempo! 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 Und gegen den Job! Jawoll! Ne 01 vadett! Komm her! лайk! play! Gut, appzie! Schnell auf mich hin und wieder auf mich Next zum Tor gemacht. Raus, komm, raus, komm Niklas, raus, komm, miklas raus. Raus, raus, raus. Raus, raus, Raus. Gut? Gut, gut.